Hallo Korbi, ich habe gerade gelernt, so wirst du gerufen, voller Name ist Korbin Jan Müller. Erzähl doch mal von deinem fußballerischen Werdegang und wie er dich dann letztlich in den Norden nach Hamburg zu St. Pauli geführt hat. Servus erstmal bzw. Moin, wie man es hier ja sagt. Ja, ich komme aktuell bzw. letzte Saison habe ich in Unterhaching gespielt, habe auch dort den Großteil meiner Karriere verbracht, war jetzt noch zwei Jahre dort. Vorher war ich zwei Jahre bei den Stuttgarter Kickers in Stuttgart, auch in der dritten Liga und die ganze Ausbildung alles bei der Spielvereinigung im Endeffekt durchlaufen. Ja, jetzt, wie kam der Kontakt zustande? Im Endeffekt hat mich oder uns der Matze Hain angerufen und gefragt, wie es ausschaut. Ich war jetzt ja aktuell vertragslos, weil ich mich bewusst dafür entschieden habe, nicht in Haching zu verlängern, weil ich einfach nach einer neuen Herausforderung gesucht habe. Und ja, dass das jetzt zustande kam, war natürlich sensationell und es freut mich sehr, dass ich jetzt hier bin im Endeffekt.